Alles hat ein Ende und die Ostern 2 einen Titel, den ich jetzt singe, aus dem Musical Sunset Boulevard. Es ist mir auch ganz besonders ins Herz gefallen. Bei diesem Musical in Wiesbaden, es läuft weiter, es ist nicht in der Presse, 1. Mai ist Ende, aber man hat einen neuen Sponsor gefunden, das Musical läuft weiter. Wer es sich ansehen möchte, ist bestimmt jetzt billiger. Weil sie auch sehen müssen, dass sie Geld in die Kasse reinkriegen. With one look, ist das Sunset Boulevard. Sunset Boulevard erzählt die Geschichte einer Stumpfildieber, Norma Desmond, die halt eben ist vielmehr, also eine wirklich wahre Geschichte. Und Norma Desmond war ein Stumpfildstar und wurde plötzlich nicht mehr gefragt, nachdem der Tonfilm aufkam. Und sie konnte überhaupt nicht verstehen, warum sie doch dieser Star, dem die Welt zu Füßen hat, warum plötzlich sie niemand sehen wollte. Und sie sagt, ich hab doch ein Gesicht. Und so wollen wir, ich hab doch, ist doch noch alles da. Aber nur, weil ihr Leben nicht mehr angesagt wird. Und sie gesingt in diesem Titel eigentlich Geschicksal. Also muss man loben, dass sie es eigentlich noch hat. Und dass sie wiederkommen wird und sie hofft darauf. Und sie glaubt ganz fest daran. Und dann wird sie es der ganzen Welt nochmal zeigen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020